SWAG So, mit diesem wunderbaren Einstieg von Tronix, ich möchte euch zu einer zweiten Folge Let's Battle Modern Warfare 2 mit generierten Klassen begrüßen. Wieder dabei sind Max, Sakos, Jos, Sakos, und natürlich ich, der Templex. Wollt ihr spielen mit MP5K? Schnellfeuer PP2000, Red Dodge, Splittergranate, Blendgranate, Marathon Pro, Hardliner, Lagebericht, Painkiller. Und... Lecker. Wartet, ich stelle noch ganz kurz die Spielregeln um auf normales Leben, normal generieren, und die Karte ist erst mal D-Ray. Okay, seid ihr bereit alle? Ja. Jo. Wartet, ich guck nochmal alle Spielregeln durch, ob alles passt. Jo, passt. Ach so, sind die Maps offen gegeben? Ne, 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 die Maps, wir spielen eine ganz normale Map-Karte runter, also steht ja dann immer da, ähm, Afghan D-Ray, nach A, B, C, geordnet. Okay. Weiß ich mal, ich bescheu euch jetzt. Und ich mach auch mal gar nicht. Mhm. Zu ihm renne ich denn zuerst. Keine Gefangenen, Kameraden. Warte. Ich ba abschattete erst mal. Boah... Marc, du hast ja geschluckt wie eine Nutte, also... Ich kann damit nicht treffen, ey!! Naja, wir können hier auch üben, man. Der Wahnsinn. Ein Runde von der Zeit, Alter. Ja, Dropshot, Alter. Ja, teurer für Hedlitz, Josh. Ich hab Granate geworfen, du Wichse. Ich treff mit dem Scheißding nicht. Der schimmelt da wieder beim Auto. Ja, ich hab irgendwie auf das Falsch geschaut. Der schießt schon, obwohl ich um die Ecke bin. Ja, hallo, wir haben Drohne an. Wallhack. Alter, was? Verweck ich noch. Verweck ich hier gerade alles hoch. Ich treff mit dem Scheißding nicht, ey. Okay. Oh, ich muss mich gerade voll konzentrieren, weil ich mag MPF und gar nicht. So. Dies ist nicht mein Fall. Richtig. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich hab den geblendet, Alter. Am Hedlitz schon, Alter. Nein, nein, nein. Ich verziehe zu übel, dass ich mir wahren bin. Ich will, Alter. Ja. Ich hab einen da zu scheiße. Oh, ich weiß nicht. Ich hab einen da zu scheiße. Oh, ich weiß nicht. Ich hab einen da zu scheiße. Oh, Alter. Jetzt wieder... Jetzt wieder hab ich mir halt glitschen. Oh, ich weiß nicht, Alter. Oh, ich weiß nicht, Alter. Alter, man wär ein Pinner, Alter. Ich? Oh, geil. Oh, geil. Oh, Mann, Alter. Fällt zu lang an, Alter. Ja. Ja. Hat's doch wieder nie ein Kiel? Ja, mach deine Pro. Der Ticket. So. Wie meinst du denn? Ach. Machst du kleiner Holzer. Du hast die ganze Zeit kämen. Ah, Granate. Ich käme gar nicht durch. Nee. Überhaupt nicht. Ich wollte ihm nur ausweichen, eigentlich. Aber gefällt. Das Unfall, ich hab keine Muni mehr. Ja, das ist ungefähr. Wo ist es denn her? Wo kämpfst du? Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße. Scheiße. Ja, das Kiel. Ich hab das nicht, Alter. Ja, okay. Von wegen Camper, Alter. Guck dich mal. Ja. Sind aber jetzt doppelt. LOL. Ich heu ihn ja schon. 100 Pro und ESP. Ja, mit Pille, Alter. Ich kann nur austicken, Mann. Du wärst schon längst gut. Ich kenne da nichts für die Pille, Alter. Ja doch, weil wir Pain-Killer eingestellt haben. Du Pille. Ja, da kenn ich doch nichts für, Alter. Das sind halt die generierten Schassen. Ich krieg's hin, weil er nur auf mich geirrt hat. Hier haben wir Bunny, doch der. Wir sind ja nicht bei Mario. Wir sind ja nicht bei Mario. Wir müssen nicht um die Ecken springen. Wir sind ja nicht bei Mario. Wir müssen nicht um die Ecken springen. Ja. Ja. Wenn man an die Ecken springt, ist jetzt buenos. Hör sicher dass like so nahe einer sind. Allerdings Da oben! Was? Ostpartei! Ja! Das ist Ostpartei! Kannst du mal mit Bani auf dem Off enden. Warum verzieht die bei dir eigentlich nicht? Wenn du Weakle hat. Ja man! Hack! Hack ey! Er hat an! Ja! Los! Die bei vorder der Wan gell! Der hackt! Der hackt! Der hackt! Bei mir! Weil wir die was geputzt haben gell! Die ganze Zeit! Da dahinter! Ey der springt auf ihn zu! Guck, der springt nicht bis hin! Ich hab behindert, Alter! Der geht voll auf den Fies an! Ich hab's gehört noch nur noch 3! Jaaa klar! Ach Alter! Du holt ja mich mit der Scheißwaffe! Die verzieht doch nur, ey! Ja! Wir mussten Börse schießen! Ich versuch! Ich sitze trotzdem noch! Ne! Klar! 2 3 Schuss reichen! Ich treff mit dem Scheißwaffe! Ich treff mit dem Scheißwaffe! Nee! Nein! Fuck! Ja! 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 Ich treff mit dem Scheißwaffe! Ja! Ich treff mit dem Scheißwaffe! Ich treff mit dem Scheißwaffe! Ja! Wir können einfach sein Kostvorteil! Das ist halt halt! Ja! Der kämpft natürlich! Ich will wenigstens nicht last kill sein! Ja auch nicht! Verpisst euch schon wieder! Ha! Geht sich wohl auch sicher aus! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein! Jetzt bin ich dran! Nein! Ich bin nicht in Ruhe! Ja! Nein! Ich bin nicht in Ruhe! Ich bin nicht in Ruhe! Nein! Ich bin nicht in Ruhe! Ich hab ihn dann mit der Granate abgehoben! Nein! Ja! Josh! Nur weil du gecamperst! Ja! Die letzten zwei Kills hab ich wirklich gecampt! Aber ich wurde auch jeden Tag geflasht! Also Leute! Ganz klar hab ich gewonnen weil Josh gecampert! Wenn du gewonnen hättest, wäre es wegen deinen Horst-Verteilen, weil du die ganze Zeit gekämmt hast. Nein, die ganze Zeit gekämmt. Kannst du gerne angucken. Ja, komm, Josch. Oh, 1 gegen 1, nee. Okay, ja, dann, ich hoffe wir gerade in diese Folge gefallen. Ja, mal wieder kassiert. Ja, jetzt mal. Max, wir gehen jetzt erstmal Josch, seine Mutter, ihren Rücken rasieren, okay? Okay, mach mal. Das ist der Wetteinsatz. So was eklig ist, wo habt ihr Josch einfach nicht anfassen. Und ja, ich hoffe euch an die Folge gefallen, Nummer 2. Nummer 2, alle guten Liegen sind 3, wir nehmen jetzt gleich nochmal Nummer 3 auf, und wie auf der Karte Estate stattfinden wird. Ja. Wieder so eine kleine Map. Kleine Mutter.